Fußball ist für mich eine Leidenschaft. Es ist einfach ein Mannschaftssport, da kann man viel erleben miteinander. Es ist halt was anderes, als wenn man alleine irgendeinen Titel gewinnt. Man teilt sich halt die Siege. Wenn ich mal keinen Ball an den Füßen habe, dann ist das auch mal ganz gut. Weil man hat ja hier jeden Tag einen Ball am Fuß und man braucht immer ein bisschen Ruhe. Am Ende der Saison hoffe ich, dass wir ganz weit oben stehen. Das ist auch die Zielsetzung. Wird zwar dies sehr schwer, aber mal schauen, wie es wird. In zehn Jahren sehe ich mich hoffentlich als Profifußballer. Und vielleicht auch schon eine Familie. Aber man kann das ja noch nicht so voraussehen, wie es weiter verläuft.